Hallo, ich bin Randall von Therm-Arrest. Heute zeige ich euch, wie einfach es ist, das neue Aerospace Shelter aufzustellen. Das Aerospace ist ein freistehendes, in der Höhe verstellbares Schutzzelt. Es kann über einem Tisch aufgestellt werden oder auch zusammen mit dem Tranquility 6, um ein ultra-komfortables Basislager zu schaffen. Der Packsack des Aerospace ist gleichzeitig ein Rucksack, der bei Wanderungen bequem getragen werden kann. Zuerst wird die Vordachplane mit der Innenseite nach oben flach auf den Boden gelegt. Die Stangen legen wir daneben. Die Herbststangen mit blauen Stangenenden werden in die passenden Ösen mit blauem Gewebe gesteckt. Die Herbst müssen sich oben in der Mitte der Bögen befinden. Jetzt befestige ich die Vordachplane an den Stangen des Mittelherbst und lege die Plane darüber. Die Vordachplane falten und das blaue Gewebe an den blauen Clips befestigen. Jetzt kann das Schutzzelt aufgestellt werden. Die Stangen mit den goldfarbenen Enden in die Ösen mit goldfarbenem Gewebe auf beiden Seiten stecken. Die Clips an den Stangen befestigen und das goldfarbene Gewebe an den farblich passenden Ösen. Die Zelthöhe wird mit diesen Riemen eingestellt. In Verbindung mit dem Tranquility 6 wird aus dem Aerospace ein ultimatives Schutzzelt. Hierzu wird das mit dem Eingang des Tranquility 6 verbunden, in dem es oben am Zelt eingehakt wird. Die Stangen des Aerospace werden in die zusätzlichen Ösen des Tranquility 6 gesteckt und die Stangenclips an den Stangen des Tranquility 6 befestigt. Das Aerospace Shelter ist eine praktische Erweiterung für jedes Zeltlager. Es kann zusammen mit dem Tranquility 6 oder separat als Schutzzelt verwendet werden. Eingang des Tranquility 6